so damit hallo und herzlich willkommen zur dritten folge eigentlich der uniför natürlich mit dem sie los hallo heute war natürlich ein schöner amerikanischen muscle car das war nicht amerikanisch sondern behindert was meisterschaft hast du jetzt meine sagen perfekt pp ein punika auf jeden fall große motoren und das stimmt hier in der klasse sowieso ich meine wir haben ganze neun literraum das ist genug glaube ich und noch kompressor heute motto kill all tires neun literraum ist aber ist wenig ja deswegen auch kompressor genau ich will nicht wissen was er verbraucht wenn sie jetzt ein diesel ist wie so ein diesel hat so klingt mit 90 hochraum erkennt ihn nicht genau von einem lkw die die dieses dieses daher genau army meisterschaft die kai setzt nicht auf fahrwerk hier sind ich gehe mir war noch perfekt danke kai sehr geil das erste oder zweite kontrollpunkt mal wieder nur wieder letzten aufnahmen ja aber ich habe dahin gelenkt nur recht mir waren glaube ich drei kreis wo sie nehmen dann nur zwei oder drei ich konnte nicht recht aber alles gut ich wollte wenn du schon richtig weit rechts fest ist schon fast auf dem gras oder so wenn ich mal verstraße und kai so ich brauche noch mehr platz online jetzt schon halb würde ich mit einem halben auto auf dem gras aber das reicht ja noch nicht du bist nicht voll gegen baum man kennt das ja nicht anders also ist gut ich bin dabei ja ich finde es ja nicht unser ziel meinst du bist nicht das stimmt aber mein ziel ist es ist nicht letzter zu werden ja das glaube ich doch warum ist gut ich bin glaube ich mal hinter dir ich bin hinter dir ja vor mir hat es auch schlecht sein als zwölfter das war so ein einziges warum ich kripp kripp kann man das essen ich fahrrad echt am limmel gerade so immer so für gasten das reif nicht durchdrehen jetzt richtig jetzt krasse geht nie so kripp ja kaum danke ich glaube du bist das letzte oh gott ich bin in der letzten ist eine leistung sie lassen ja ich möchte aber schon wenigstens eine klinie hinter mir jedes das hundert punkte kriegen wird das erschaffen ich glaube ich glaube auch nicht das nur noch aufschleunigen runde mehr das liegen könnte runde mehr und ich ja noch mindestens dritter werden können ich habe aber alles keine folgung verpasst ja super ich wäre ja ja egal nicht jetzt gehen wir einfach so überragend dass er geworden ist nicht zu öfter das kann oder sie lassen so wunderschöne 12.300 dp und sogar 3000 besorgen sind ja dann sauberer fahrer wir haben mich auch so kennt so ich bin immer richtig dirty on the way das muss auch mit ins video das ist meine qualitätsoffensive 2017 vor 100 röpsen ha 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 u huh das ist aber echt so alles nur dank dir ich denke mir so alter bist du behindert das lachen musst du auch mit dazu schneiden hinter dem gesang und geschnitten und zensiert fahren wir uns gelingen ich kann sachen raus und dann musst du zensieren alle das kriege ich einen strike wahrscheinlich anzeige oder so eine beleidigung jetzt darfst du tun sie ja ich kann mal mit deinem namen raushauen mit der adresse ich bin farber bieb ja das ist aber gar nicht ein adressen ich weiß gar nicht wir sind sie nicht mein namen alles wissen leute eh schon jetzt schon mal gezeigt im video war ganz schwuling sagt sich das wirklich wirklich Ja, no joke. Ich brauche noch einen zweiten und dritten Abend. Nämlich Hans und Peter. Ich habe ja einen Heinz-Peter-Schilling. Hans-Peter, nicht Heinz-Peter. Also bitte. Das habe ich einen Heinz-Peter-Schilling. Ja, als ob ich Heinz-Peter heiße, ne? Was denkst du denn? Der ist ein Abonnent richtig niedergeschmettert. Was hat er gegen mich? Ja. Kann er drücken, wie das, ne? Ja, ich kenne ein Urteil. Oh, bremst du nicht, okay? Ja, sorry. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Ich habe den Betreuung noch bekommen? What the fuck? Ich habe das denn gemacht? Die KI hat mir das geschafft. Ich dachte mir so, achso, da kommt irgendwas da innen, ich muss ein bisschen wieder nach innen fahren. Dann noch ein bisschen wieder nach rechts. Ich glaube, es ist ein bisschen mitgenommen, aber ich habe es ja noch bekommen. Das muss ich wahrscheinlich zensieren, feiert das. Immer ohne Spaß. Was muss man denn zensieren? Judel-Zone. Ja, wobei. Aha. Nein, er ist aufzupiepsten. Oder Nutte. Lampe. Uhre. Mistgeburt. Fotzer. Nuttenzone. Hurenzone. Fabian hat das Gelegen. Nein, das gibt es nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh, nein. Schon wieder. Geil. Ich war glaube ich so 6er, 7er. Da war dann so eine Wand noch längst nicht in dem Ziel. Da bin ich vielleicht dagegen gefahren. Sehr gut. Fabian Schwuling. Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich heiße mich mit dem Nachnamen Qualität. Hallo, ich bin Silas Qualität. Hä? Fabian Qualität? Ja, aber ich bin Qualität. Ich bin Silas Bersende. Bssst. Nein, Lutschmann. Bssst. Ja, Silas Bssst. Silas Bssst. Wir sind vielleicht ein Elektroschock. Bssst. Ja. Wir haben so einen komischen Zaun. Also einen Weidenzaun oder so. Wenn die mich jetzt bei Facebook suchen, dann wissen die, wie ich auswähle. Oh, no. Nee, so 100 Freunde. Sieht eigentlich aus wie eine Tomate. Die Tomatos. Kennst du die Verarschung? Von Trovatos? Sieht das bei Älter 2. Die Tomatos, das wär's ja. Kennst du die Verarschung? Von Trovatos? Die Verarschung? Such mal gleich die Tomatos. Ich kenn die Trovatos. Ja, die kenn ich auf RTL. Die sind echt die Detektive. Ja, und davon gibt's ne Verarschung. Das ist dann die Tomatos. Und dann haben die so ein Tomatenkostüm an. Das ist von Torge. Ich hab den nicht abonniert, aber ich hab den bei Facebook. Dann seh ich manchmal so diese Ausschnitte aus deinen Videos. Dann hab ich das gesehen. Das war lustig. Danach haben wir das Video. Das war auch lustig. Ich find das irgendwie mega witzig. Muss ich mich auch mal angucken, oder so. Oh ja. Ach, du alter Tomatesilas. Aber diesen... Ich find einfach schon lustig, so Trovato, Tomato. Dominic, Toiletto. 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 Ja, ich hab Toiletto, du Frotze. Komm, Jeff. Ah! Ja. Perfekt. Das ist der Wetter, was verpasst du das? Den ersten? Das muss entlohnt werden. Ja, nehm ich echt. Der Fail, der war auch schon. Vergeben von Mr. Mözer. Hallo, ey! Hey, fick dich. Geben den Ufen Sock. Sack. Oh, der Drip, no. Ich will hier in die Stadt rennen fahren. Geil. Geil. Gar nicht viele Kurven oder so. Perfektes Rennen auf jeden Fall. Ich fahre aber gar keine enge Kurven, zum Glück. Ja. Wir haben ohne Kurven. Geht schlecht, glaube ich. Dreckreiß. Und das ist einmal fahren, natürlich auch, ne? In einer Meisterschaft. Der sieht das, der hat es kapiert. Ich weiß, wie das stiftend zu mir. Ja. Ja. Es ist ja schon mindestens deiner gespielt. Mindestens fünf Stunden. Aber viel mehr Augen. Ja, das ist alles noch. Ich krieg dich noch. Wenig auch das. Gut. Ich krieg dich doch nicht mehr. Kontrollpunkt, oder? Nee. Baum. Da, in der Wand. Ja, bei mir sind halt sehr anziehend, ne? Bäume, aber. Das ist halt auch ein Baumfetisch. Ja. Mit seiner Tanja. Genau. In den ersten beiden Plätzen zwei Korvets von 67. Oh. Dann Camaro, dann wieder zwei Korvets. Das ist bitter. Top, die fette Grille. Ja. Super. Fertig, haben wir geschafft, Joh. Perfekt, ich bin wieder fahren lassen. Den hat man aber nicht gehört. Er hat man nicht gehört. Oh. Gott sei Dank gibt es bei YouTube kein Geruchsvideo. Das ist ja richtig geil. Nein. Dann hätte ich keine Zuschauer mehr. Der vergastert ist. Oh, nix. Ist auch cool. Ja, ist cool, klar. Miss Julian. Oh, der schöne Duft. Oh, Jesus. Mein Vater hat es da, oder? Ich gerade. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Und danke, sieh das fürs Mitmachen. Und fürs Failen. Kannst einfach nix. Ja, hat den Schnauze. Na, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Da. Da, da. 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 Da.